Als ob man es nicht geahnt hätte, die Umzugskartons sind sogar noch voll mit Unterlagen. Bei so manchem Lost Place kann man einfach nur ratlos mit dem Kopf schütteln. Hier beispielsweise scheint jemand ausgezogen zu sein und hat quasi die Hälfte seines Haushalts einfach zurückgelassen. Moin, moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen kleinen Video auf meinem Kanal. Ich bin zusammen mit der Jesse unterwegs und dem Meister und wir haben hier tatsächlich jetzt gerade zwei relativ große Häuser. Eins hier und ein noch größeres da. Wir sind uns da noch nicht so ganz sicher. Es sieht ziemlich verfallsmäßig aus, einsturzgefährdet. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das mal gemeinsam an. Also viel Spaß mit dem Video. Ja und dann würde ich sagen, auf Los geht's los. Wie immer an Ort und Stelle. Einmal ganz kurz zur Übersicht. Ein Fachwerkhaus oder ein Haus mit Fachwerk links und ein ziemlich massiv gemauertes und sehr alt wirkendes auf der rechten Seite. Was hier auf jeden Fall ziemlich auffällig ist, also trotz der ziemlich ranzigen Bausubstanz. Also man schaue sich mal dieses Loch da an, wo der Balkensturm vor sich hin gammelt. Der Stromanschluss hier oben. Ich weiß nicht, ob man das mit dem Waldwinkel überhaupt sehen kann. Der Stromanschluss sieht ziemlich neu aus. Also er sieht alles andere aus als verfallen, wenn man so möchte. Also das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich kurios. Ich weiß nicht, haben die das da angebracht und haben sich dann vielleicht sogar darüber gewundert, warum die halbe Wand da schon offen steht. Und hier ist eine Tür offen tatsächlich schon für uns. Ist ja praktisch. Oh du meine Güte, wie sieht man. Wie musig ist denn dieser Treppenaufgang. Also das mit dem Balken ist anscheinend nicht das einzige Ding, was hier schon ein bisschen modert. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui mal dieses Fenster-Dingsbums an. Da vorne ist es noch in Ordnung und hier rausgebrochen, weil die ganze Wand, die ganze Wand löst sich ja auf. Und wenn ich euch mal an der Treppe vorbeischwenke und kann man das da vorne sehen? Also natürlich kann man das sehen, allein schon hier vorne, direkt nach der Schwelle. Die ganzen Böden sind wellig. Das ganze Haus ist extrem einsturzgefährdet. Auch hier auf der anderen Seite. Nein, 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 das ist keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Ist es euch aufgefallen, als ich euch diese Treppe gezeigt habe? Mir ist es auf jeden Fall aufgefallen. Da achte ich auf jeden Fall als erstes immer drauf. Da ein Kellerfenster. Das Haus hat einen Keller. Das heißt, wenn einer von den Böden nachgibt auf der Höhe, geht es womöglich zwei Meter abwärts. Vielleicht sogar mit Einrichtung. Also das, ihr könnt jetzt gerne noch mal außen rum gehen, aber das ist mir zu gefährlich. Ich hoffe, ihr versteht das. Irgendjemand hat hier auch schon mal Holz geschnitten. Das war auch schon lange Zeit her. Ich halte euch einfach mal ganz hoch. Vielleicht kann man da was durchs Fenster sehen. Ich bin mir nicht sicher. Es sieht alles grün aus. Und das, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ich weiß nicht, kommt mir das rüber? Das Haus. Das Haus wälzt sich und biegt sich in eine Seite. Da vorne. Es ist eingedrückt. Ich glaube, jetzt sieht man das hier. Zum Dach oben geht es wieder nach außen. Also das ist auf jeden Fall nichts, was man in irgendeiner Weise unterschätzen sollte. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Hier geht es irgendwie durch. Okay, hier wäre irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, Innenhof oder sowas. Also im Schuppen die Rückseite dieses Hauses, wo unten die Kellertür offen steht. Auf der anderen Seite kann man eine Veranda erkennen von dem anderen Haus. Und wenn ich das richtig deute, steht da vorne die Tür dessen offen. Aber das, was ich euch jetzt nochmal zeigen möchte, in Sachen Baufälligkeit dieses Hauses, hier wälzt sich wirklich alles ab. Also das gesamte Mauerwerk mit diesen Ziegelimitaten oder was das hier sein soll, das löst sich ab. Freunde, seid mir nicht böse. Aber ganz ehrlich, das fällt raus. Das fällt wirklich raus. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir einen Weg da auf diese Veranda finden. Okay, liebe Freunde, ich bin gewissermaßen jetzt hier auf einer Veranda gelandet, wo es in das Haus anscheinend reingeht. Ich weiß nicht, wie ich hier hingekommen bin. Also Jesse ist die ganze Zeit einem Kichern, das muss lustig ausgesehen haben. Es gehört tatsächlich zum Hobby dazu. Man muss einfach sich irgendwie den Weg durch Mutter Natur bahnen. Naja, und was diese Veranda angeht, die hat sich ein ernsthafter Baum ausgesät. Und guckt euch das mal an. Die Veranda ist ursprünglich gefließt gewesen, da ist es eigentlich auch jetzt noch. Und der ist quasi unter diesen Dingern gewachsen, hat dieses ganze Ding hier quasi aufgesprengt und hat eine richtig stattliche Größe. Das muss man echt sagen. Und wächst immer noch freudig vor sich hin. Also in manchen Fällen kann man sich echt wundern, wie Mutter Natur in den ein oder anderen Fällen die Standortfrage für irgendwelche Gewächse klärt. Ich weiß nicht, ob die klimatischen Bedingungen da gerade besonders günstig waren, dass das so seinen Weg nehmen konnte. Aber das nur am Rande. Jetzt haben wir hier das erste Räumchen von diesem Gebäude. Und ich würde fast sagen, diese Umzugskartons, die sind quasi sinnbildlich für das Ganze hier, oder? Denn es sieht hier wirklich nach Umzug aus. Also es ist alles zusammengepackt. Teils hier, damit der Teppich zusammenbleibt mit Panzerband oder auch hier bei diesem HiFi-Gerät, Kassettendeck, hat man das Stromkabel zusammengewickelt. Dieser Heimtrainer wird sicherlich irgendwo anders ursprünglich gestanden haben. Und als ob man es nicht geahnt hätte, die Umzugskartons sind sogar noch voll mit Unterlagen. Feinsäuberlich abgeheftet. Naja, aber da ihr wisst, dass ich keiner bin, der in irgendwelchen Sachen wühlt, werde ich da auch keine Ordner rausnehmen und da drauf gucken, was da vielleicht draufsteht. Sondern zeige euch lieber die restlichen Räume hier. Und ich fürchte, das wird eine ziemlich schnelle Nummer sein, weil die alle leer sind aus... Ach, was hat sich denn hier für eine Kolonie angesiedelt? Sind das Spinnen? Ja, es sind unter anderem auch Spinnen, aber im Grunde genommen... Ey, wie viele Spezies sind das hier? Spinnen, klar, Fliegen. Größere Fliegen, Stubenfliegen. Das hier könnte eine Vespa oder eine Hummelseile oder irgendwas. Da oben sitzt auch noch eine Spinne, die ziemlich lebhaft noch aussieht. Zwischendurch haben wir hier noch ein bisschen was, was aussieht wie... Sind das Eier oder ist das Vogelkot? Und es ist ein halber Zoo. Also war es mal, es war noch mal ein halber Zoo. Was das stille Örtchen angeht, Latrine oder einfach auch nur den Pott. Das ist auch ein halber Zoo, logischer Garten. Das zeige ich euch aber nicht. Ich weiß ja nicht, vielleicht esst ihr ja gerade. Aber diese Spinnen waren schon unschön genug. So und hier mag wohl mal eine Kochnische gewesen sein. Wenn es so ist, eine ziemlich kleine Kochnische mit einem Asper-uralten Boiler. Die Farbgebung. Die Farbgebung spricht irgendwie für die 80er. Da war alles dunkel und rund, alles irgendwie auf Eiche und Rustika gemacht, oder? Na, könnte mich auch da richtigen. Wobei, so schlecht oder so weit, lag ich davon wahrscheinlich gar nicht entfernt. Guck mal hier. Hier sind Schränke. Achso, übrigens hier, Lattenrost und Bett. Aber das nur nebenbei. Diese Schränke hier, haben auch ein ziemlich dunkles Holz, dunkle Farbe. Und bewacht werden sie von einem Transformer, oder was? Also der steht wirklich da, wie bestellt und nicht abgeholt. Und nicht abgeholt ist bestimmt, also das wird so gewesen sein. Guck mal. Der Schrank hier hat auch dieses Panzerland. Steht an einer Tür zum Abtransport. Genauso wie das hier, was wahrscheinlich aus der Küche kommt. Ein Küchenmöbel, habe ich so bestimmt schon mal gesehen. Zwar nicht in dieser blauen Optik, was ganz verrückt ist. Aber da ist jetzt nichts Besonderes. Und das ganze Thema setzt sich auch noch bis in die letzte Nische und Ritze fort. Auch hier, alles Umzugskartons, die nicht abgeholt wurden. Das hier ist auch seltsam. Ein riesiger Schlüsselkasten. Also gemessen für dieses Haus mit diesen, was mag das hier sein, 5, 6 Zimmer oder sowas. Das sind bestimmt 20, 30 Schlüssel oder sowas. Nummer 8B. Keller. Hier etwas, was fast aussieht wie so ein Ding aus dem Schwimmbad. Zusammen mit einem Bund von ganz alten Schlüssel. Hier unten steht Studio drauf. Weiß ich nicht. Auch die Art und Weise, wie das da steht. Das Ding würde ja normalerweise wahrscheinlich an der Wand hängen. Jetzt steht es hier einfach auf so einem Nachtspeicherofen. Ganz seltsam. Liebe Leute, was soll ich euch sagen? Wir sind am Ende der Erkundung. Tut mir leid, dass ich in dieses erste Haus nicht reingegangen bin. Also ihr hättet es wahrscheinlich gerne gesehen. Aber Sicherheit geht vor. Und gerade bei so einem Bauzustand, Sicherheit geht immer vor. Und was das hier war, wahrscheinlich ein stinknormales Wohnhaus. Die Frage ist nur eher, warum steht hier überhaupt noch was drin? Vor allem, warum wurde das nicht abgeholt? Und die nächste Sache ist, jetzt könnte man irgendwie sagen, das war vielleicht das Haus der Oma, was mit dem Erbstreit und so weiter nicht leergeräumt wurde. Und deswegen blieb alles so, wie es ist. Aber so alt sieht das hier alles gar nicht aus. Also die ganzen Schränke und Möbel und so weiter. Klar, dieses Ding hier im Wohnzimmer und auch der Küchenschrank, der war sicherlich alt. Aber das können auch Antiquitäten sein. So was wie diese Sitzgelegenheit und diese Teppiche und so was. Das könnte anders aussehen, man weiß es ja nicht genau. Was ist eure Meinung? Wie kann es sein, dass einfach alles zurückgelassen wird in Umzugskartons? Hat man es einfach vergessen? Choreos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut gerne beim Meister und der Jesse vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Lost Base Abenteuer wieder. Bis dann, ciao. 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 Bis dann, ciao.